So, mal ein kleines Video aus Bildern gemacht. Ja, wir waren in Lübeck und zwar fünf Jahre Halle Davis in Lübeck. Im House of Thunder, die hatten das damals übernommen. Und was gehört dazu, wenn man sich amerikanisches Eisen anschaut? Ja, standesgemäß Essen bei Mrs. Peppers in Basbüttel. Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.